So, willkommen zurück bei Johnny Doe Let's Play Craft the World, Minecraft wollte ich gerade sagen, das stimmt ja gar nicht. Bei Minecraft habe ich ja eine neue Welt angefangen, bei Johnny Doe allein im Wald, weil warum auch immer, wie gesagt, ich weiß es einfach nicht, ist mir, hallo, hä, achso, ist mir, äh, die Welt, äh, ja, keine Ahnung, ähm, total kaputt gegangen, ne, die ist nicht mehr spielbar, ich kann die Welt einfach nicht mehr laden, au, ich kann die Welt einfach nicht mehr, was war denn das jetzt, hä, hä, wer schießt denn da auf mich? Ist das der hier? Hm, äh, ja, ich kann die Welt einfach nicht mehr laden, ich weiß nicht warum. Ich finde es sehr, sehr schade, sagt, ich habe mich da einfach dann einen Server zugelegt, mit der Idee dahinter, dass wir, hallo, dass wir eben, ähm, gegebenenfalls mal zusammenspielen, auf dem Server so ein bisschen was zusammenbauen und machen und tun, ne, also kämpfen ist da ehrlich gesagt überhaupt kein Faktum, darauf möchte ich das auch gar nicht auslegen, sondern ganz einfach, ähm, wie greift mich denn da die ganze Zeit an? Uh, Gesundheit niedrig. Ne, Faktum ist da ganz einfach eben, das bauen und spielen. ganz einfach eben, nur, ein bisschen bauen, ja, ne, bauen finde ich da immer recht wichtig, es wird Nacht, scheiße, ne, ne, das ist dann unser Haupt, ja, Fokus, eben, dass wir da bauen zusammen und eben nicht kämpfen oder PvP machen, das ist auf dem Server im Moment sogar ausgeschaltet, habe ich mit Absicht gemacht, und, äh, ja, wer da gerne mal mit auf dem Server möchte, der kann mir einfach eine Anfrage schicken über YouTube, ne, Privatnachricht einfach schicken, gerne, äh, ne, gebe ich euch eine Anleitung, wie ihr dann bei mir auf dem Server kommt und, äh, ja, auch die Daten für, äh, für den Teamspeak-Server und dann würden wir, äh, nein, zusammen eine kleine, äh, ja, ne, Aufnahme-Session machen, tun, fabrizieren, was auch immer, ihr da euch so, ne, darunter eben halt vorstellen, äh, vorstellen könnt. Nein. So. Nein, schon wieder ist ein Zwerg gestorben. Alter, warum geht ihr auch immer da durch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Entferne Leiter, entferne Leiter, entferne Leiter. Ich glaube, das war sehr blöde von mir hier. Entferne Leiter, entferne Leiter, entferne Leiter. Wo ist denn meine Hauptleiter? Die suche ich nochmal eben gerade eben. Würde ich mich gerne weiter nach unten bauen. Inferne Fackel und, äh, Graben und Fackel entfernen, wäre mir noch sehr wichtig. Äh. Leute, geht doch nicht da durch, äh. Lass uns doch da durchgraben, ne. Achso. Achso. Hä, 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 hä. Hm. War jetzt doof. Naja, egal. Wir bauen ja hier gerade weiter, wie man sieht. Nach und nach. Ich würde gerne hier irgendwas vormachen, damit wir einfach da eigentlich nicht mehr reinfallen. Und ich weiß nicht, wo die Drachen genau sind. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt nämlich nicht, wo die Drachen sind. Hm. Hm. Ja, Bevölkerungszuwachs natürlich. Wir haben ja gerade auch erst einen verloren gehabt. Hm. In ein paar Minuten geht auch noch der blöde Portal wieder mal auf. Aber wir haben so ein bisschen Mana haben wir ja noch. Ich war jetzt auch eigentlich recht sparsam. Ich habe jetzt auch sehr versucht, sparsam zu sein. Zack. Buch des Schwimmers. Flupp. Hm. Ja. Ich habe auf jeden Fall versucht, sehr, sehr sparsam zu sein. Damit wir hier gleich die Monsterwelle in der Portal aufgeht, recht, ähm, gut eben, äh, ja. Durchkommen. Ein Moment, ich muss husten. So. Auch wieder da. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das echt mit dem, mit dem Stummschalten jetzt an der Maus funktioniert für das Mikro, weil sonst wäre es echt blöd, dass ich euch da voll ins, ins Öhrchen huste und poste. Das wollte ich mir nochmal eben aufschreiben. Das war jetzt bei Minute sieben. Dann wollte ich dann mal eben einmal, ne, einmal dann kontrollieren, natürlich. Oh, Monsterportal ist geöffnet. Hier ist es. Und nochmal. Ah, von zwei Seiten. Das ist doof. Das ist echt doof. Hier auch nochmal ein. Bam. Feuerball. Und der zweite Feuerball. Hier schaffe ich es noch einigermaßen. Hier werden es viele. Oh, jetzt sind es aber auch hier sehr viele. Und jetzt haben wir nichts mehr. Moment. Ich glaube, einen einzigen Mana-Trank habe ich noch. Hausmauer zerstört. Welche? Nein. Ach, nee. Das ist ja kacke. Das ist doch kacke. Hm. Moment. Moment. Das ist doch kacke. Ist das. Ah, Mann. Eine einzige Wurzel haben wir. Ja, super. Damit kommen wir natürlich nicht so wirklich weit. Mann. Ist ja nicht. Öhnadeln. Öhnadeln. Ah, da kommen wir wirklich nicht wirklich weit mit. sterben wir jetzt wahrscheinlich nach und nach hier die Zwerge weg. Nein, nein. Nein, nein. Alter, so schnell kann man gar nicht. Alter, was ist los hier? Alter, ich werde hier überrannt. Das gibt es doch gar nicht. Alter. was ist denn los? Hilfe. Nein. Nein. Das gibt es doch nicht. nicht. Das gibt es doch nicht mehr wahr. Das gibt es doch nicht. Alter. Da haben wir jetzt aber echt gelitten, würde ich sagen. Aber echt sowas von gelitten. Ja, Hausmauer ist zerstört. Das sehe ich auch. Ah, Mann. Hier, so eine Holztüre hatten wir, Ja. Was soll ich denn dagegen tun? Hier vielleicht noch mal eine Holztür reinmachen, habe ich mir überlegt, ob wir hier noch mal eine reinmachen, dann hätten wir ja, ja, ich sehe es ja. Es bringt auch nichts, weil hier noch die Haus, das ist ja echt fertiggestellt dadurch. Auch wenn der fehlt. Ach ja, ich habe hier noch eine Tüte. Haha. Das war jetzt nicht irgendwie so klug. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ja, und für Leute, die gerne noch, ja, immer fragen und, Mensch, Johnny, gibt es, wie kann man dich denn noch kontaktieren? Das ist ganz einfach. Entweder über YouTube, über meine E-Mail-Adresse oder, ja, ne, also E-Mail, E-Mail-Adresse, YouTube-Kommentare, YouTube-Nachrichten oder einfach über arcadewelten.eu, da werdet ihr dann auf mein Forum umgeleitet, beziehungsweise genau geleitet und, ja, da könnt ihr mich dann auch nochmal erreichen. Da könnt ihr an Umfragen, da könnt ihr Umfragen, da könnt ihr Fragen stellen, Umfragen erstellen und allen Pipapo machen. Sofern ihr Lust habt dazu, natürlich. Da kann ich, könnt ihr auch gerne eure, ne, eure, eure Ideen einfließen lassen, Vorschläge einfließen lassen. Ich habe da extra einen YouTube-Bereich, ins Forum eingebaut, einen Foren-Bereich, ins Hauptforum und, ja, da könnt ihr dann eben mir schreiben, beziehungsweise mir eure Ideen, eure Fragen stellen und so weiter. Ganz einfach in eurem Browser arcadewelten.eu eingeben. Ich kann es gar nicht oft genug sagen und werde es wahrscheinlich noch öfter sagen. Da könnt ihr mir auch nochmal Fragen stellen, beziehungsweise auch nochmal in Kontakt mit mir treten, wenn ihr eben Zugang haben möchtet oder beziehungsweise wenn wir eine Aufnahme-Session machen auf dem Minecraft-Server bei Johnny allein im Wald. Du wirst angegriffen, mal wieder. Ist ja nichts Neues hier. Ja, da könnt ihr dann eben halt auch nochmal Fragen stellen, wie ihr auf dem Server kommt, bla 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 bla. Ne, so, einfach geht's. Hab auch da einige Spiele eingebaut, eine Spielhalle, wo man sich dann vielleicht die Zeit auch ein bisschen vertreiben kann, wer möchte. Ne, ist alles kostenlos. Muss man ja heutzutage leider mehrmals erwähnen, dass sowas kostenlos ist, ist ja nicht mehr, ne, nicht mehr die Allgemeinheit, dass, äh, so manche Sachen kostenlos sind. Nein, da fallen keinerlei Gebühren an, gar nichts. Das, äh, Registrieren, das Spielen ist umsonst und kostenlos alles eben. Er hat sich festgebackt, glaube ich. Also, keine Angst haben. Vorm Anmelden. Da passiert euch dann nichts. Oh, nein, die schmeißen immer alles weg, dann die blöden Viecher. Und wenn wir da auf dem Minecraft-Server einiges geschafft haben, hab ich mir überlegt, dann machen wir vielleicht hier so eine, wie heißt das, Overview, Overmap, dass man sich das, damit andere X-Leute sich das auch anschauen können, was wir da so gebaut haben, was wir da so gemacht haben, äh, ne, nur zum Reihen anschauen, also, dass die nicht da jetzt unbedingt mitspielen können. Ist ja auch nur ein Test, der Server, den ich da aufgebaut hab. wie gesagt, alles, alles auf freiwilliger Basis, kleiner du solltest abhauen. Hau ab. Oh, die haben wir gar nicht mehr viel zu futtern, sehe ich gerade. Oh, auf dem anderen Tisch steht auch fast nichts mehr. Ein bisschen hier so ein bisschen nachschachteln, ne? Also, wie gesagt, wer Lust hat, kann da gerne bei uns, äh, bei mir ins Vorrömchen mal schauen. Ein Moment, ich muss es denn, scheiß Erkältung, ey. So. Und ja. Einfach ins Vorrömchen gehen und dann kann man da schon, ne, entweder mitmachen, beziehungsweise kann man da dann schreiben, Vorschläge machen, etc. Bla, pp. Einfach bei akademelten.eu Ich sag es gerne nochmal, akademelten.eu und dann ist man, oder wird man, weitergeleitet auf mein Forum. Da kann man einiges auch als Gast schon sehen und lesen, ähm, nur vielleicht um Fragen zu stellen und, äh, dann die Antworten zu bekommen, die passenden, sollte man dann sich vielleicht mal eben kostenlos registrieren. Ist auch schnell gemacht. Dazu braucht man nur eine gültige E-Mail-Adresse. Wie gesagt, einen Teamspeak-Server habe ich auch. Der ist auch vorhanden. Eben, aber, ne, Nutzen da drin ist einfach nur, wenn wir da zusammen eine Partie mal spielen, damit wir uns da verständigen können, ganz human und gut. Ach, Quatsch. Achso. Wusstest du ja jetzt nicht wieder da hochkommen, sondern du bist? Das ist ein Schwert, oder? So, ich baue hier nochmal eine Tür ein, hallo? Um dann vielleicht gegebenenfalls hier dieses, äh, Stück dann immer irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal, abzutrennen. Ich würde ja auch gerne noch viel weiter hinausbauen und hochbauen oder vielleicht noch tiefer bauen. Ich weiß es noch gar nicht. Das muss ich noch ein bisschen überlegen. Vielleicht hier unten hinbauen. wie so ein Keller oder so. Auf jeden Fall suche ich hier Augenblick hier das, repariere das Portal. Irgendwo im Untergrund liegt die, äh, liegen die Ruinen eines alten Portals. Verborgen! Dass eine Tür zwischen den Welten öffnet. Finde das Portalraum und baue ihn wieder auf. Sobald... Ja, ich suche ihn. Ich bin am suchen. So war ich noch nie in meinem Leben am suchen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hm. Ich werde mal wieder angegriffen. Natürlich. Hm. Sollte ich das hier vielleicht nicht unbedingt abgraben? Sondern mich hier hochgraben? Ey! Was ist das? Was ist denn das? Wer gab es mich nie an? Kommt jedenfalls her. Ach. Ja leck mich fett. Das gibt es doch gar nicht. So ein Witz jetzt, oder? Blöden Mist-Kobolde. Als ob man nicht schon genug zu tun hätte, weißt du? Als ob man nicht schon genug zu tun hätte, weißt du? Nee, 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 nee. Ähm. Ich wollte unbedingt eigentlich nochmal Feuerpfeile machen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo die waren. Einfach Feuerpfeile. Da ist es doch. Dafür brauchen wir Harz. Da haben wir Harz. Ein bisschen Holz und Federn natürlich. Federn brauchen wir. So, jetzt haben wir keine mehr. Ohne ist da die Buschtrommel da am, am, am Beklimpern. Das gibt es doch gar nicht. Mann, ey. Ja, die nutzen wir jetzt erstmal nicht. Der ist jetzt so, ne. Ah, Mann. Gehen wir auf den Sack, die Viecher. Ah, nicht fertigen. Ausrüsten. Ich hab gesehen, gerade hier. Hier, der hat ja noch gar nichts. Stahlaxt. Stahlspitzhacke. Der ist ein Bogenschütze. Und der kriegt direkt... Achso, kriegen die automatisch dann? Ah, okay. Muss man ja auch mal gesagt bekommen. Zack. Der hat auch noch nichts. Der ist Schmied. Der kriegt aber einen Lederhelm. Lederstiefel. Lederrüstung. Schmied. Ne, der kriegt eine Schmiedeschürze noch dazu. Eisenachst. Eisenspitzhacke. Machen die Langbogen. Achso, das ist jetzt dann. Das macht dann besser, ne. Ja. Der hat gar nichts auf dem Schädel. Hm. Magier. Rostiger Helm. Rüstung 3. Stahlhelm. Rüstung 8. Komm, hier. Der kriegt eine Stahlrüstung von mir. Ich will ja kein Unmensch sein. Ich will ja kein Unmensch sein. Was kriegen wir dem denn hier? Achso, der ist ein Magier. Dann brauchen wir einen Holzstab. Und Koboldsperren. Ne, der bringt nichts. Holzstab. Schaden. Ein einfacher Zauber. Ja, dann kriegt der das auch. Na ja. So. Haben wir den dann. Eigentlich relativ, glaube ich, gut einigermaßen ausgerüstet. Das ist, äh, klar. Ne, geht immer was schlechter und besser. Schlimmer geht immer, oder wie war dat? Ah, die regen mich hier so auf, die blöden Viecher. Ah, Mann. Nervt. So, wenn die nämlich jetzt von hier kommen würden alle. Oder da auch noch schaffen, könnten wir da noch ein bisschen was bauen. Oder zugehalten. Sag ich mal. So. Oder warte mal. Dann machen wir weg. Hier. Das graben wir nochmal weg. Und dann kommt da nämlich eine Leiter noch hin. Oh. Genau. Essen. Und dann ausruhen. Komm, einmal hier so ein Zauber. Der darf nochmal sein. Gibt immer nur ein Mana. Das ist ein bisschen wenig, finde ich, ne? So ein Mana in drei Minuten. Das ist so ein bisschen, ah. Aber gut. Kann man da nix gegen machen, ne? Kann man dann einfach nix gegen machen. Was will man machen, kann man nix machen. Oder so ähnlich. Ähm. So, ähm. Ach so, das war der Haupt, Hauptgang, ne? Genau. Und den wollte ich einfach hier so schön weiter durchgeführt haben. So. Ganz genau. Ganz genau. Geht alles weiter hier. Wunderbar. Schön. Ach du scheiße, was ist denn das für ein Wetter hier? Ja, Bevölkerungszuwachs plus eins. Ja, natürlich. Dann sind mir die Zwerge, die mir vorhin ja weggestorben sind. Hier ist schon wieder einer am Schleichen ohne Ende. Oh, dann. Ach da. Ach, Mann. Wollte den Essens-Tisch ein bisschen hier anpassen. Hm. 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 So, du Hühnchen. Dir geht's jetzt an den Kragen. Dir auch. Oh Gott. Ach so. Oh Gott. 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 Das ist hier der eine, ne? Wahrscheinlich Zwerg auswählen. Ausrüsten. Ja, der hat noch gar nichts, ne? Ah, der Stahlschwimmer vielleicht mit, ist vielleicht dann nicht so unbedingt das Beste. Zack. Hm. Ah. Ah. Hm. Ah. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Alle sagen das immer anders. Andere sagen dann Neter. Die anderen sagen Never. Und, äh. Ja. So. Da weißt du dann auch nie, was du sagen musst. Während der Leiter. Von hier. Kochbuch. Haben wir auch nochmal gefunden. Mhm. Mhm. Kram uns einfach hier so weiter. Weiter. Ganz weiter. Heiter. So. Zack. Du wirst angegriffen. Mal wieder. Ist ja nichts Neues eigentlich die ganze Zeit. Hä. Oh. Oh. Ausruhen. Nein. Das gibt's doch nicht. Renn doch weg. Was machst du denn da? Ist das das Portal hier? Ne, ne? Das ist nicht das Portal, oder? Ah, ich will da nix verballern, ey. Oh ja, klar. Ne, warum geht ihr denn da rum, da? Mann! Alter, au ab! Ja, toll. Alter, was machen die denn da? Warum reifen die denn jetzt alle an? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich beim besten Willen nicht, warum sie den jetzt die ganze Zeit angreifen. Ich hab da noch gar nichts bei dem gesetzt, oder? Ne, hab ich nicht. Oh, jetzt kriege ich ja nicht mehr weggesetzt. Alter, jetzt! Ah! Ich hab da gar nichts gesetzt. Ich werd angegriffen, natürlich. Liebe Freunde, das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs dabei sein, fürs Zuschauen. Und ja, wir haben jemanden eingesperrt. Juhu! Ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig begeistern für Craft the World. Wir konnten hier ein bisschen was zusammen machen. Der stirbt hoffentlich bald. Und, äh, wie gesagt, ähm, Arcade-Welten, wie man spricht, Arcade mit C-Welten. Punkt EU. Und ihr kommt bei mir ins Forum. Wie gesagt, ich hab gesagt, äh, ich sag's noch ein paar Mal. Ciao, hee, pupau, hee, euer Johnny. Ciao! 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 ! Ciao! ! Ciao!